In der Stadt Ettlingen ist Klimaschutz politische Maxim. Um möglichst viele der 39.000 Einwohner zu erreichen, suchte der Klimaschutzmanager gemeinsam mit Mitarbeitern anderer Fachbereiche nach einer guten Idee. Es sollte etwas zum Mitmachen sein und möglichst viele Bereiche des Energie- und Ressourcenverbrauchs abdecken. Am Ende des kreativen Nachdenkens stand das Konzept einer Reihe von Energiesparboxen. Das hat einen großen Multiplikationseffekt in die Bevölkerung hinein, weil ja die Menschen dann auch mit ihren Freunden und Bekannten darüber sprechen. Und darauf setzen wir und das ist ein ganz wesentlicher Baustein dieser Maßnahme. Am Anfang gab es die Stromsparbox. Es folgten Boxen zum Thema Heizen, Wassersparen und zur Mobilität. Die von der Stadt subventionierten Boxen konnten in der Stadt Information und in den Bürgerbüros erworben werden. Über 600 Boxen wurden bisher ausgegeben. Sie enthielten beispielsweise Energiesparlampen oder Energiekostenmessgeräte. In der Wassersparbox lagen unter anderem ein Duschzeitmesser, eine Sparbrause und ein Set von Strahlreglern. Alles Produkte zum Anfassen und Mitmachen. Verbunden mit einem Erfolgserlebnis für die Teilnehmer, hier kann ich sparen, auch im eigenen Geldbeutel. Mit ihren Energieboxen hat die Stadt ein innovatives Produkt entwickelt. Und da regelmäßig neue Boxen erscheinen, bleibt das Thema Energiesparen in Ettlingen stets aktuell. Untertitelung des ZDF für funk, 2017